Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 3. Oktober 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 707. James Bond lässt grüßen und was habe ich heute für Themen mit für euch? Zum einen Microsoft Surface Pro 7, dann Microsoft Surface Laptop 3, dann Microsoft Surface Earbuds und dann Microsoft Surface Duophone und dann Microsoft Surface Neon. Ihr seht, ein bisschen Microsoft-lastig, aber ich habe noch drei weitere Themen. Siri, WhatsApp und Raketen. Ich beginne gleich mit den ganzen neuen Microsoft-Produkten, denn der Hersteller aus Redmond hat gestern an seiner Konferenz oder Konferenz an seiner Vorstellungsrunde ein paar neue coole Produkte gezeigt, die sich natürlich noch im Test beweisen müssen, aber zumindest auf dem Papier oder besser gesagt in Digital schauen sie schon mal sehr vielversprechend aus. Das Microsoft Surface Pro, die Pro-Reihe, ist in die Version 7 gegangen und kann ab Oktober diesen Jahres noch bestellt werden, ab 899 Euro. Etwas knapp unter 1000 Schweizer Franken ist man da mit dabei. Und was bekommt man dafür? Ein 2 in 1 Gerät von Microsoft mit dem Intel Core 10, der 10. Generation Chip verbaut. Wenn man dann möchte, man kann auch ein bisschen weniger haben, ältere. Und das allererste Mal bei einem Pro-Device haben sie neu USB-A und USB-C-Anschlüsse an einem Gerät. Das ist natürlich mal was, was dringend notwendig war. Der Rest ist so ziemlich ähnlich, Schrägstrich bis gleich geblieben. Vom Geräte, von der Ausstattung her, RAM und Speicher, alles ist immer noch etwa gleich. Nicht auch die Leistung des Akkus, aber halt mit viel mehr Power. Weiter haben sie auch vorgestellt das Surface Laptop in der dritten Version. Von oben und zugeklappt schaut es irgendwie ein bisschen aus wie ein MacBook. Doch was schaut heute nicht aus wie ein MacBook, ist auch aus Aluminium voll gefertigt. Und ja, ein schönes Windows-Device, wie ich finde, da ist man ab circa, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, etwas mehr im Topf mit dabei. Und finde den Preis leider auf die Schnelle auch nicht. Vom Gewicht her ist es nicht das leichteste, aber auf jeden Fall sehr spannende Geräte für einen anderen Bereich als eben die Pro-Geschichten. Dann gibt es jetzt auch was für auf die Ohren, was heisst auch und was heisst jetzt. Microsoft hat ja schon, war das Ende letzten Jahres oder Anfang des aktuellen Jahres, die Over-Ear-Kopfhörer vorgestellt, die dann doch nicht ganz so gut waren. Zumindest im einen oder anderen Test beim einen oder anderen doch gut abgeschnitten haben. Ist natürlich wie immer auch eine Frage der Zugehörigkeit. Zugehörigkeit, was man jetzt auch gezeigt hat, sind Earbuds, sogenannte In-Ohr-Stöpsel, über die man Musik und Podcast und was auch immer geniessen kann. Bedient wird das Ganze auch über so ein Touch-Interface, also hoch und runter wischen und stupsen und tupsen und wie auch immer. Auch da wird natürlich ein Test sich zeigen und auch die lassen sich in einem mitgelieferten Case aufladen. Weiter ging es dann mit zwei Produkten, die sich falten lassen. Ein faltbares, sogenanntes Surface Duo, das Phone hat er bewusst ausgelassen während der Keynote und ein Surface Neo. Das eine ist ein, ich spreche jetzt eben nicht aus, Phone und das andere ist ein faltbares Tablet. Mit überraschenderweise Android 10 als Betriebssystem. Und das Lustige, das Teil kommt ja erst Ende nächsten Jahres raus. Also eigentlich hätte man gleich sagen können, das sei Android 11, weil dann wäre man zumindest auf dem aktuellen Stand. Ich bin mal gespannt, was sich da noch tut. Dieses Android 10 ist aber sehr stark angepasst und schaut einem Windows-Betriebssystem, dem Windows-X-System, doch deutlich ähnlicher als einem konventionellen Android. Das Größere, das Neo, ist wie gesagt ein Tablet, was eben über zwei Bildschirme verfügt. Es lässt sich zusammenklappen und alle weiteren Details, die könnt ihr nachlesen im Beitrag, der verlinkt ist in den Shownotes. Weiter geht's mit Siri und jetzt entfernen wir uns ein bisschen von Microsoft und gehen noch auf ein bisschen andere Themen ein. Denn Siri hat sich, ja, nicht stetig, aber hat sich in letzter Zeit ein bisschen geöffnet. Zuerst war ja Spotify der erste Musikdienst, der auch auf den Siri-Background zurückgreifen konnte, also auf die API-Schnittstelle von Siri und davon profitieren konnte. Und jetzt neu ist laut Bloomberg Messenger-Dienste, die davon profitieren können. Ich spreche da von WhatsApp, Skype und Facebook Messenger und alle anderen, die die Schnittstelle natürlich für sich integrieren. Das Coole daran ist, dass Siri zum einen aufgrund der Konversation der letzten Zeit sieht, über welchen Kanal, dass man mit einer Person gequatscht oder sich ausgetauscht hat und das dann automatisch anbietet. Sprich, wenn ich zum Beispiel mit dem Mike schreibe, dem jungen Herrn, der uns ein bisschen im Social-Media-Bereich unterstützt, lieben Gruß an der Stelle. Wenn ich mit ihm immer iMessage schreibe und sage, er soll mir doch eine Message an den lieben Mike schicken, dann passiert das über iMessage. Wenn ich mit einer anderen Person über WhatsApp, gut, das passiert eigentlich sozusagen nie, aber wir nehmen mal an, mehr über WhatsApp kommuniziere, dann geht das darüber. Es geht sogar so weit, dass man pro Kontakt es sogar definieren kann, über welchen Kanal das geht, dass man dann nicht mehr Nachricht an Mike mit WhatsApp sagen muss, sondern nur noch Nachricht an Mike und dann nimmt Siri dann automatisch den Weg, den man immer einschlägt. Wir bleiben noch bei WhatsApp, die testen nämlich aktuell in dem Beta-Build, dem aktuellsten 2.19.275 oder wenn man es schweizerisch sagen würde, 2.19.275. Da testen sie selbst zerstörende Nachrichten. Quasi, wenn ihr es gelesen habt, Achtung, Achtung, diese Message zerstört sich innerhalb von den nächsten 5 Sekunden oder eine Stunde kann man einstellen und dann passiert das auch. Ja, witziges Feature, ob man es dann braucht, wird sich zeigen. Wenn ihr da einen Anwendungsfall habt, lasst mich es wissen. Screenshotten kann man den Quatsch ja sowieso immer noch. Aber das ist eine andere Geschichte. Weiter geht es noch mit einem letzten Thema für heute und dafür gehen wir ein bisschen in den Weltall oder möchten wir jetzt zumindest gehen. Raketen kommen schon länger aus 3D-Drucke, zumindest gewisse Teile, zum Beispiel bei SpaceX beim Tesla-Mitbegründer, seine Raketenfirma, die haben da, oder Weltraumfirma besser gesagt, die haben schon gewisse Dinge, die sie über industrielle 3D-Drucker realisieren. Neu kommt ein Unternehmen auf den Markt, mein Gott, Relativity Space, lest es nach, wie sie heisst. Und die haben jetzt die dritte Finanzierungsrunde durch nochmals einiges an Kohle einsacken können, nämlich genau 140 Millionen US-Dollar zusätzlich reinholen können und somit auch prominente Unterstützung aus dem Musikbusiness und Selfmade-Millionäre etc. Und ja, eben, die möchten die erste Rakete auf den Markt bringen oder in den Weltall schiessen, die komplett aus dem 3D-Druck kommt und zwar soweit automatisiert, dass das Ganze innerhalb von 60 Tagen automatisch gedruckt und zusammengebaut wird. Klingt alles spannend, futuristisch. Ich freue mich dann schon auf die ersten Menschen, die damit in den Weltall gehen und hoffe, dass die Beta-Tests dann auch glimpflich und gut verlaufen damit. Und ja, das waren es mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Morgen ist Freitag, bis dahin aber euch schon mal einen schönen und erfolgreichen Donnerstag. Und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.